Das Gesetz von Boltzmann, ich nenne es jetzt auch mal Herdplattengesetz. Ich mache das zwar wegen der Sonne, aber ich stelle mir eine Herdplatte vor und die Herdplatte wird angeschlossen mit 2000 Watt und strahlt dann Energie ab. Und das ist hier das Gesetz. Der erste Buchstabekreis ist ein großes Vieh und es steht in dem Fall über Leistung in Watt. Warum man jetzt üblicherweise nicht P macht oder so ist. Dann dieses Sigma, das ist eine Konstante. 5,67, 19,8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin hoch 4 Temperatur. Und A ist die Fläche von dieser Herdplatte, also was auch immer abstrahlt. Und T die Temperatur in Kelvin. Mal wieder ein bisschen sauberer machen und alles. Das Gesetz von Boltzmann gilt für den perfekten schwarzen Körper. Und eine Herdplatte ist das nur in Nährungsweise, die ist nicht perfekt schwarz. Aber die Nährung funktioniert ganz gut und das Gesetz funktioniert auch für so Dinge wie die Sonne in Nährungsweise ganz gut. Obwohl es kein perfekter schwarzer Körper ist. Und jetzt ein Beispiel noch, wie man das rechnen kann. Also ich habe jetzt diese Herdplatte und die schließe ich jetzt bei 2000 Watt an. Die hat einen Radius von 10 Zentimeter. Und die wird natürlich immer heißer und heißer und heißer, aber irgendwann endet es. Ich habe dann so ein Gleichgewicht. Irgendwann kriege ich die nicht mehr heißer, weil jedes Watt, das ich reinstecke, wird wieder abgestrahlt. Und dann muss ich dieses Gesetz einfach nur nach T auflösen. Also hier ist T, vierte Wurzel, Ausbruch, Phi durch Sigma A. Ein bisschen gemein. Ich gebe die Fläche nicht an, sondern den Radius. Da muss ich also R² Pi und den Metern 0,1² Pi und die Konstante und fertig. Und die vierte Wurzel mache ich mit hoch 0,45. Bekomme 10.000 Kelvin. Also diese 10.029 Kelvin minus 2,273 und dann bekomme ich die Temperatur in Grad Celsius. Also die runden der ganz gut. Ja, 750, 760 in dem Bereich. Also die Herdplatte hat näherungsweise am Ende eine Temperatur von so 750, 760 Grad Celsius. Wenn ich permanent 2000 Watt reinstecke. Und wenn sie mit dieser Fläche das wieder im Infraroten, ist es meistens, abstrahlt. Ja, das war das Gesetz von Stefan Boltzmann.